In der Animation seht ihr einen Kegel, der auf der blauen Ebene steht und von einer grünen Ebene geschnitten wird. Wir schauen uns das mal aus einer anderen Perspektive an. Jetzt schauen wir von oben auf diesen Kegel. Jetzt von der Seite sieht man auch, dass die Schnittebenen genau parallel verlaufen und von unten. Ich lege die beiden Ebenen jetzt mal aufeinander. So liegen sie aufeinander. Und der Kegelstumpf ist der Teil des Gesamtkegels, der zwischen der blauen und der grünen Ebene liegt. Wir haben jetzt hier die Grundfläche des Kegelstumpfs und hier oben die Deckfläche. Der Kegelstumpf hat die Höhe h, die Grundfläche den Radius R, die Deckfläche den Radius R und die Seitenlinie s. Die Spitze des Kegels, die abgeschnitten wird, die hat die Höhe h1, den Radius R und die Seitenlinie s1. Bevor ich auf die Mantelfläche eines Kegelstumpfs eingehe, möchte ich zunächst die Mantelfläche eines Kegels ableiten. Wir haben hier die Abwicklung der Mantelfläche, das ist die Seitenlinie s. Hier oben haben wir den Winkel alpha, das ist ja der Umfang von dieser Grundfläche des Kegels. Vom Kreissektor oder Kreisausschnitt haben wir hier die Formel m gleich pi mal s² mal alpha durch 360 Grad. Alpha verhält sich zu 360 Grad wie dieser Umfang von dem Kreis, das ist 2pi mal r, zu dem Umfang dieses ganzen Kreises, dieses großen Kreises. Und der ist 2pi mal s. Jetzt kürze ich hier 2pi raus und wir erhalten alpha durch 360 Grad gleich r durch s. Und alpha durch 360 Grad kam mir hier oben vor und das ersetzen wir jetzt mit r durch s. Dann erhalten wir diese Formel. Und hier kürze ich s gegen s² zu s. Und dann haben wir die Mantelfläche mit m gleich pi mal r mal s. Jetzt schauen wir uns das mal hier oben beim Kegelstumpf an. Beim Kegelstumpf können wir hier den zweiten Strahlensatz anwenden. Groß r verhält sich zu klein r wie s1 plus s zu s1. Wir multiplizieren über Kreuz groß r mit s1 und klein r mit s1 plus s. Dann halten wir diesen Ausdruck. r multiplizieren wir in die Klammer und subtrahieren r mal s1. Dann haben wir diesen Ausdruck. Bei diesem linken Term können wir s1 ausklammern und anschließend durch die Klammer dividieren. Dann erhalten wir s1 gleich r mal s durch groß r minus klein r. mr ist die Mantelfläche des Gesamtkegels. Und die berechnet sich ja mit pi mal r mal s. Und s ist für den Gesamtkegel s1 plus s. m klein r ist die Mantelfläche dieser Kegelspitze. m r ist pi mal r mal der Seitenlinie des s1. Die Mantelfläche des Kegelstumpfs berechnet man, indem man von der Mantelfläche des Gesamtkegels die Mantelfläche der Kegelspitze abzieht. Dann erhalten wir nach Einsetzung diesen Term. Da kann man pi ausklammern. Hier kommt ja s1 in diesen beiden Ausdrücken vor. Da klammern wir s1 aus. Und ersetzen jetzt s1 mit diesem Ausdruck. Und erhalten diesen Term. Bei dem Term kürze ich groß r minus klein r. Und wir bekommen diesen Ausdruck. Und hier können wir wieder s ausklammern. Dann haben wir m gleich pi mal s mal in Klammern klein r plus groß r. Wenn man s jetzt nicht kennt, kann man s mit dem Pythagoras ausrechnen. Und zwar betrachten wir dieses Teildreieck. s gleich Wurzel aus h² plus groß r minus klein r in Klammern zum Quadrat. Herleitung Volumen eines Kegelstumpfs Alpha ist hier der halbe Winkel in der Kegelspitze. Wir betrachten zunächst dieses rechtwinklige Dreieck. Tangens Alpha ist Gegenkathete durch Ankathete, also r minus r durch h. Für dieses Dreieck ist Tangens Alpha groß r durch hg. Wir stellen nach hg um, indem wir Tangens Alpha und hg austauschen. Dann erhalten wir diese Formel. Und in dieser Formel kommt ja wieder Tangens Alpha vor. Und für Tangens Alpha hatten wir diesen Ausdruck gefunden. Damit erhalten wir für hg r mal h durch r minus r. h1 ist hg minus h. Jetzt setzen wir für hg diese gefundene Formel ein. Dann erhalten wir diesen Ausdruck. Und wir erweitern h mit r minus r. Und damit haben wir den Nenner groß r minus klein r. Hier multiplizieren wir h in die Klammer und erhalten insgesamt diesen Term. Entfällt r mal h. Damit vereinfacht sich die Gleichung für h1. v groß r ist das Volumen des ganzen Kegels. Kegelvolumen ist ja Grundfläche mal Körperhöhe durch 3. Die Grundfläche ist ein Kreis. Pi mal groß r Quadrat mal hg durch 3. hg ersetzen wir mit unserer Formel und erhalten diesen Ausdruck. r Quadrat mal r, das ist r hoch 3. Und dann brauchen wir das Volumen von der Kegelspitze. Das ist Pi mal klein r Quadrat mal h1 durch 3. h1 ersetzen wir mit unserer Formel. Und da können wir auch wieder klein r Quadrat mal r ist r hoch 3 zusammenfassen. Volumen des Kegelstumpfs ist Volumen des ganzen Kegels minus Volumen der Kegelspitze. Damit erhalten wir diese Formel. Diese beiden Ausdrücke haben eine Menge gemeinsam. Einmal Pi und h und dann nochmal diese untere Klammer. Damit vereinfacht sich der Kegelstumpf mit Pi mal h mal in Klammern groß r hoch 3 minus klein r hoch 3 durch 3 mal in Klammern groß r minus klein r. Mit der Polynomendivision erhalte ich für v auch diese Formel. Im Grunde könnte man mit dieser Formel rechnen, aber die Formel sieht halt interessanter aus. Wenn ihr Polynomendivision nicht kennt, möchte ich euch kurz das mal zeigen, wie man es macht. Man überlegt zunächst, ich brauche hier r hoch 3. Womit muss ich hier die Klammer multiplizieren, damit ich dieses r hoch 3 hier bekomme? Mit r Quadrat. Wenn ich das in diese Klammer multipliziere, erhalte ich diesen Ausdruck. Jetzt subtrahiere ich diesen Term hier von dem. Dadurch fällt dieses r hoch 3 weg. Durch die Subtraktion wird ja dieser Ausdruck hier positiv. Und ich habe hier noch einen Rest. Womit muss ich die Klammer multiplizieren, damit r mal r Quadrat entfällt? Das ist r mal r. Das multipliziere ich in die Klammer rein. Dann bekomme ich diesen Ausdruck. Dann ziehe ich wieder diesen Ausdruck von diesem hier ab. Dadurch entfällt dieses vordere Element. Und ich erhalte diesen Ausdruck. r Quadrat mal die Klammer ergibt diesen Ausdruck. Und damit habe ich das Ergebnis. Berechnungen am Kegelstumpf. Ein Kegelstumpf aus Eisen hat eine Grundfläche von 36,32 Quadratzentimeter. Die Deckfläche hat einen Radius von 1,5 Zentimeter. Die Mantelfläche einen Flächeninhalt von 126,58 Quadratzentimeter. Berechne das Volumen, die Körperhöhe, die Oberfläche und die Masse des Kegelstumpfs. Für eine Denkpause stoppt das Video jetzt. Gegeben ist einmal g mit 36,32 Quadratzentimeter, klein r mit 1,5 Zentimeter, m die Mantelfläche mit 126,58 Quadratzentimeter und die Dichte von Eisen mit 7,874 Gramm pro Kubikzentimeter. Gesucht wird das Volumen, die Körperhöhe h, die Oberfläche und die Masse des Kegelstumpfs. Zunächst schauen wir uns die Formeln an. Für die Formeln benötigen wir auf jeden Fall Groß R. Und das berechnen wir zunächst. Flächeninhalt von dieser Grundfläche ist Pi mal Groß R Quadrat gleich g. Wir stellen uns r um, indem wir durch Pi teilen und die Wurzel ziehen und erhalten r gleich Wurzel aus g durch Pi. Dann setzen wir für g den bekannten Wert ein und erhalten 3,4 Zentimeter für den großen Radius. Jetzt kennen wir ja klein r, groß r und die Mantelfläche. Damit können wir mit dieser Formel S ausrechnen. Wir beginnen mit einem Seitentausch. Pi mal S mal in Klammern klein r plus groß r gleich m. Und dividieren durch Pi mal die Klammer und erhalten S gleich m durch Pi mal in Klammern klein r plus groß r. Dann setzen wir die bekannten Werte in die Formel ein und erhalten 8,22 Zentimeter für die Seitenlinie des Kegelstumps. Mit der Kenntnis von klein r, groß r und S können wir die Körperhöhe h bestimmen. Nach dem Satz des Pythagoras ist h gleich Wurzel aus S Quadrat minus in Klammern r minus klein r zum Quadrat. Wir setzen die bekannten Werte in die Formel ein und erhalten 8 Zentimeter für die Körperhöhe des Kegelstumps. Für die Oberfläche brauchen wir noch die Deckfläche. Die Deckfläche ist ja auch ein Kreis, also Pi mal klein r Quadrat. Wir setzen für r 1,5 ein und erhalten 7,07 Quadratzentimeter. Die Oberfläche ist Grundfläche plus Deckfläche plus Mantelfläche. Wir setzen für g, d und m die bekannten Werte ein und erhalten 169,97 Quadratzentimeter. Um das Volumen berechnen zu können, brauchen wir die h und groß und klein r. Das ist alles bekannt und damit erhalten wir für v 158,42 Kubikzentimeter. Rho ist Gramm pro Kubikzentimeter. Gramm steht für die Masse und Kubikzentimeter fürs Volumen. Also Rho ist m durch v. Wir stellen nach m um, indem wir mit v multiplizieren und erhalten m gleich Rho mal v. Dann setzen wir für Rho und v die Werte ein und erhalten 1247,4 Gramm. Das sind 1,247 Kilogramm. Ein zylindrischer Behälter mit den Innenmaßen Radius 5 cm, Höhe 8 cm, in dem ein Metallkegel Radius 4,5 cm, Höhe 10 cm steht, ist zu 80% mit Wasser gefüllt. Um wieviel Zentimeter sinkt der Wasserstand im Behälter, wenn der Kegel aus dem Zylinder entfernt wird? Fertige eine Skizze an. Für eine Denkpause stoppt das Video jetzt. Zunächst schauen wir uns die Skizze an. Der Zylinder hatte ja den Radius von 5 cm und eine Höhe von 8 cm. Der Metallkegel ein Radius von 4,5 cm, eine Höhe von 10 cm. Der Wasserstand im Behälter, den können wir ausrechnen, das ist 80% der Höhe des Zylinders. Also H1 ist 0,8 mal 8 cm, das sind 6,4 cm. Gesucht wird der Wasserstand H2 ohne Kegel und um wieviel der Wasserstand dabei fällt. Ich habe noch eine kleine Skizze ergänzt und zwar habe ich vom Kegel die Höhe HK, das ist diese Höhe, der große Radius. Der Teil des Kegels, der im Wasser steht, ist ja ein Kegelstumpf und der hat oben den Radius klein r. Und H1 ist die Wasserhöhe, die wir ja gerade ausgerechnet haben mit 6,4 cm. Um jetzt das Wasservolumen zu bestimmen, benötigen wir das Volumen vom Kegelstumpf und dazu brauchen wir klein r. Nach dem Strahlensatz ergibt sich, klein r verhält sich zu groß r wie HK minus H1 durch HK. Wir multiplizieren mit groß r und erhalten klein r gleich groß r mal HK minus H1 durch HK. Nun setzen wir für r 4,5 ein, für HK 10, für H1 6,4 und erhalten für klein r 1,62 cm. Also das ist der Radius der Deckfläche des Kegelstumpfs. Damit können wir auch mit der Volumenformel vom Kegelstumpf das Volumen ausrechnen. Das war ja die Formel. Wir setzen bekannten Werte in die Formel ein und erhalten 202,16 Kubikzentimeter. Das ist das vom Kegel verdrängte Wasser. Damit können wir auch ausrechnen, wie viel Wasser sich im Zylinder befindet. Wasservolumen dieses blauen Zylinders minus das Volumen, das der Kegelstumpf verdrängt. Wir haben bei Pi mal r² Grundfläche mal Höhe des Wasserstandes im Behälter, der war ja 6,4 cm, minus das Volumen des Kegelstumpfs, was wir gerade ausgerechnet haben. Und da ergibt sich ein Wasservolumen von 304,9 Kubikzentimeter. Welcher Wasserstand ergibt sich, wenn ich den Kegel aus diesem Behälter entnehme? Wir haben jetzt die Wassermenge, also das Wasservolumen, und das teilen wir durch die Grundfläche des Zylinders. Die Grundfläche des Zylinders ist ja ein Kreis, das ist Pi mal r². Und für r setzen wir 5 ein und erhalten 3,83 cm als Wasserstand im Behälter ohne Kegel. Die Frage war ja, um wie viel Zentimeter sinkt das Wasser im Behälter? Das ist einfach Differenz H1 minus H2. Wir setzen die bekannten Werte in die Formel ein und erhalten 2,57 cm. Der Wasserstand im Behälter fällt nach der Kegelentnahme um 2,57 cm. Ihr seht hier nochmal den Zylinder. Der hat einen Radius von 5 cm und eine Höhe von 8 cm. In dem Zylinder steht hier ein Kegel. Der hat einen Radius von 4,5 cm und eine Höhe von 10 cm. Und dann befand sich Wasser in dem Zylinder. Der Wasserstand entsprach 80% der Behälterhöhe, also das ergab dann 6,4 cm. Wenn wir den Kegel jetzt aus dem Zylinder entfernen, fällt der Wasserstand auf diesen Wert. Also wir haben jetzt hier eine Wasserstandshöhe, also den könnten wir jetzt ausblenden. Die wäre jetzt 3,83 cm. Das ist der Wasserstand ohne Kegel. Ich animiere das nochmal mit Kegel und bewege das mal. Jetzt nehme ich den Kegel weg, lasse den Wasserstand aber eingeblendet und blende den neuen Wasserstand ein. Das ist der Wasserstand. Untertitelung des ZDF, 2020